Auf dem Weg erzähle ich ihm von meinem Ergang. Irgendwann sind wir oben, unter uns ein Meer aus Wald, Wiesen und Felsen samt Sonnenuntergang. In diesem Moment meint Lukas zu mir, wenn ich weit schauen kann, sieht die Welt gleich anders aus. Und weiter sagt er, weißt du, wenn ich hier runter schaue, dann sieht alles so klein aus wie in einer Modelleisenbahnlandschaft. Genauso fühlen sich meine Probleme direkt kleiner an, wenn ich sehe, dass sie sich in dieser Mini-Welt da unten abspricht.